Subway Hey! Frisch gestärkt vom Subway geht es jetzt weiter nach Steyr in Österreich. Keine Ahnung wo das ist, aber ich hoffe wir finden hin. Wir haben ein gutes Navigationssystem. Das Röda! Mal schauen, was uns da heute erwartet. Wir haben keinerlei Vorstellung, wie viele Leute da wohnen, ob da Leute wohnen. Ob wir die Gruppe überhaupt finden, ob das Konzert überhaupt stattfindet. Wir fahren einfach mal hin auf jeden Fall und freuen uns. Und hinter uns die wunderbare bayerische Landschaft mit Autos. Wir sind gerade an der Grenze Richtung Österreich. Oder sind wir an der Grenze? Ich glaube schon. Wir haben eine Verkaufsstelle mit Jette kaufen und dann geht's weiter. So, wir sind angekommen im Steir. Und jetzt schauen wir mal, wie das Röda so aussieht. Servus, guten Abend. Wir bemalen heute hier einen Pulli, der für euch verlost wird. Mir ist die Ehre total geworden, dass ich heute die erste Striche machen kann. Ich glaube, Jo und Fabi werden auch noch was machen. Das wunderbare Einzelstück, das wir heute kreiert haben, werden wir die nächsten Tage in unserem Facebook-Channel verlosen. Mit welcher Aktion werden wir euch noch verraten? Und das kommt jetzt auf jeden Fall unbedingt mitmachen. Denn das wird's nie wieder so geben. Ein Servus-Ambarapult. Also der ist absolutes Unikat und den wird's so nie wieder geben. Servus, Steir! Auf die Bühne! Steir! Das wäre zu tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.